So. Und wegen der Mobfalle, die werde ich dann so um die Part 20 machen. Also, wir sind ja jetzt entweder in Part 12 oder 13. Ne, wir sind schon... Wo sind wir denn eigentlich? Ne, wir sind schon 14, oder? Oder 15? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall werde ich Richtung 20, so 20, 21, werde ich dann die Mobfalle bauen. Wie gesagt, die werde ich dann so vorspulen. Und ja. Hier kommt Teppich rein. Schöner, roter Teppich. Ja, rot. Rot. Gut. 2, 3. Stimmt das mit den 3? Ja. Zack, halt's Maul. Na, kurz mal das zack. Zack, 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 zack. Äh, ja. Ganz toll. Weg. Ich weiß nicht, wo ich dich gerade hinpacken soll. Packen wir dich dorthin. Ja. So, oh, alles fertig. So ist schön. Zack. 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 Da hatten wir noch welches von dem übrig. Haben wir noch Kohle? Ja, wir hatten noch Kohle. So, 1, 2, 3, 4. Das kann dort noch hin. Okay. So, zack. 1, 2, 3, 4. Hm. 1, 2, 3, 4. Du da hin. 45. Ich glaube nicht, dass 45 durch 8 teilbar ist. 32. Oje. Ich kann nicht mehr rechnen, ey. Ich weiß, dass 40 5 mal 8 ist. Oh, wartet mal schnell. Ich muss meine Brille putzen. Dabei kann ich aber weiterreden. Oder auch nicht. Normalerweise bin ich nicht so die Lusche in Mathe. Mir fällt gerade nichts ein, was ich sagen soll dazu. 45 durch 8 geht nicht. Nein, das wäre 9 mal 5. Aber 40 durch 8 ginge. Und durch 4 dann auch. Das wäre 10. Wie auch immer. Okay. Auf 32 ist 41. Das heißt 5 Kohle. Also 5. 5 Kohle. Also 3, 4, 5. So, das ist richtig. Yay. Dort machen wir 3 Stück. So, 3. Yay. 4. Ähm, ja. Wir lassen es oben noch weiterbauen, bevor es dunkel wird. Ich bin kein großer Freund von Dunkelheit. Damit es klar ist, ja. Ich bin kein großer Freund von Dunkelheit. 1, 2, 3. So, du hast 2 drauf. 1, 2. Yay. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Was denn sogar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, in Ordnung. Halt, nein, nicht in Ordnung. 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh Mann, wo geht das wieder? Diese Scheiße hier. Ja, oh, kann ich so laut sagen. 2, 3, 4. Okay, dann los. Sollen wir Holz als Decke benutzen? Ich bin mir darüber nicht im Klaren. Lasset es uns mit Holz tun. Ein Holzlittle-Dom. Nein, heute nicht. Vielleicht morgen. So. Jetzt geht's los. Zack, 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 zack. Okay, ich weiß immer noch nicht, was ich hier bauen werde. Ähm, ja. Immer noch nicht. Zack, zack. Oh ja, eine Kakteen-Farm würde ich noch haben. Kaktusse. Heißt zwar Kakteen, ich weiß, aber... Wäin. Wäin in die Reis. Hier machen wir zwei rein. Da kommen dann vielleicht noch ein Bild hin. Oh, schau ich sie. Vielleicht die Bild hin. Hier lassen wir so. Hier machen wir andere ganz. Und hier haben 36 Glasscheiben. Kommt hier rein, zack, zack. Hm, ich glaube, ich mache hier einfach solche Glasblöcke oder ein Glas reinmachen. Glosscheiben. Hm, das ist der Frog. Ach, scheiße, oder soll ich das hier wieder rausmachen? Ja, ich glaube, ich mache hier raus. Ach, scheiße, vergeuden. Na ja, gut, egal. Equal, Equal, Equal. Equal goes it loose. Oder wie meine Englischlehrerin vorhin auch gesagt hatte. Ich weiß es nicht mehr. So. Zack. Okay. Let's go down and go to sleep. So. Okay. Um, ja. Yay. Geronimo! So eine Cocktailfarm. Nee, für Kapitän brauche ich keine Pistons. Nein. In der Tat nicht. Die geht von Jans alleine, wa? Die könnten wir vielleicht hier reinbauen. Oder? Huh. I don't know. Ich habe eine Idee. Was wir als erstes machen müssen. Ist von hier aus. Erstmal an die Oberfläche. So. Das ist das erste. Warte. So. Ah, perfekt. Das ist ja richtig perfekt, hey. Haben wir Kakteen? Wir gucken mal, ob wir Kakteen haben. Oh. Erz hat geschmolzen. Ist alles aus Stein, Holz, Sand. Nee, haben wir nicht. Gut. Wie spät ist es denn? Okay, das reicht. Wir gehen jetzt auf die Suche nach Kakteen. Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir dort hinten ins Eck einen Turm bauen würden. Der so richtig weit hoch geht. Das wäre doch toll. Natürlich, wer genau wieder reinfliegt, bin ich. Vielleicht treffen wir unterwegs ja noch ein paar Tiere oder sonst irgendwas. Framerate ist wieder am Arsch. Dort hinten ist die Sand. Oh, da bin ich nicht hin. Oh, bitte lass doch da irgendwo Kakteen sein. Da ist Zuckerrohr. Das brauchen wir aber nicht. Wir werden uns irgendwann eine Zuckerrohr-Plantage bauen. Ich brauche doch nur Kakteen. Kommt's schon. Kommt's schon. Pumpkins. Oh, Frame rate am Arsch. Noch mehr Pumpkins. Ich brauche aber auch keine Pumpkins. Kommt schon Kakteen. Darf ich dich mitnehmen? Ja, darf ich. Oh, Frame rate. Na super. Okay, bis gleich. Heilige Scheiße. Okay, auch nicht bis gleich. Ihr seid immer noch da. Oh, meine Fresse, du. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Kommt's jetzt da. Oh, nein. Natürlich bin ich mal wieder in so einer Kaktus-Armen-Gegend, ne? Naja, gut. Bevor ich mich hier noch verlaufe, gehe ich lieber zurück. Zack. Zack, zack, zack. Ach, herrje, 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 herrje. Heulen irgendwo Kakteen. Aber diese gelben Blümchen kann ich mal einsammeln. Oh, mein Gott. Ja, Lidl lohnt sich. Genau. Zack, 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 zack. Ladies, was machen wir da? Hallo, Moischen. Brauchen wir für die Kaktus-Farm. Wenn wir dann endlich Kakteen gefunden haben, die Framerate nicht mehr so am Absch ist. Oh, unglaublich. Totally incredible. Ich werde vielleicht mal nach dort hinten irgendwo gehen. Oder nach dort hin. Eventuell sind dort Kakteen. Aber auch nur eventuell. Das war doch vom Creeper, oder? Das war doch vom Creeper, oder? Ah, scheiße. So, wo könnte es zum Mieter hier? Nein. Keine Kakteen. Okay. Okay, ich muss irgendwann mal auf Kakteen-Suche gehen. Scheiße. Aber ich weiß, was ich jetzt mache. Ich mache jetzt erstmal die Abmessungen für die Kaktus-Farm. So, lass mich überlegen. Ab hier acht. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht. So, zeig. Das heißt, hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Oh, hier auch acht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neu. Ah, scheiße. Nein, nicht da, du. Oh, scheiße. Zack, 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 zack. Toll. Zack, 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 zack. Da mache ich mal dorthin. Ah, da ist ja noch welches. Zack, 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 zack. Zack. Das kann man immer gebrauchen hier. Dorth nicht. Noch? Ne, nicht schon wieder. Das glaube ich jetzt einfach nicht, oder? Ach. Ach, na gut. Ich glaube, hier mache ich dann erstmal Schluss. Dann tschüss, bis im nächsten Part. Und so hat es ja so ein denn wo wir eine Dinge sein, nun, dass wir eine Frage auf, und dann geht es staat- So dare ich aber für mich ein Loch,